Tja, da war es doch schon wieder. Ich habe gedacht, das wäre heim. Hörnchen? Hörnchen? Ach, da unten ist es. Hörnchen, kannst du hochkommen? Trinkst du jetzt die runtergefallene Nuss, oder wie? Tja, irgendwas haben wir ja gefunden, aber ist das die Nuss? Leben nicht. Nö, das war einfach nur. Aha, Kohlmalse, was willst du noch? So, der Tisch ist doch noch reich gedeckt. Genau. So ist besser. So, jetzt kannst du mal ins Bild hopsen. Aha, das wird mitgenommen. Na gut. Tja, Hörnchen, kommst du jetzt hoch? Oder nein? So, jetzt beginnen wir es mal mit noch Nuss. Aber das wird wieder nicht klappen. Tja. War knapp daneben. Und Kohlmalse, bist du ja schon wieder da. Naja, das findest du nicht. Irgendwann zufällig. Ne? Oder für die Maus. Ja, wenn du nicht hochkommst, dann musst du halt da unten bleiben. Kohk. So. Beshalb es hay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017